Langwierige Verletzung, Schambeinentzündung. Er hat kaum mit der Mannschaft trainiert. Aber irgendwann muss er. Und genau dafür hat er den Scheiger gebracht. Der Winkel ist eigentlich gar nicht so gut, aber der hat einen eminenten Zug auf dem Ball. Und sorgt dafür, dass es nicht frühzeitig hier schon aussichtslos wird, aber richtig fett.